Du bist auf dem Weg, online Geld zu verdienen oder du möchtest online Geld zu verdienen? Dann hör jetzt ganz genau zu. Zu mir, mein Name ist Klaus Anton Mayer. Ich lebe seit fünf Jahren in Mexiko, seit über fünf Jahren in Mexiko und lebe von Online-Einnahmen. Zuvor hatte ich eine erfolgreiche Praxis als Heilpraktiker in Ulm und weiß also, was Selbstständigkeit bedeutet und wie man Kunden gewinnen kann, weil ich habe es gemacht. Manche Menschen sind schon auf dem Weg und möchten Online-Einnahmen erzielen, aber sie haben entweder das falsche Produkt oder sie wissen nicht, wie man richtig vorgeht, um Kunden gewinnen zu können oder sie müssen ganz viele Kunden gewinnen, um irgendwie auf einen grünen Zweck kommen zu können. Was ist ein falsches Produkt? Ein falsches Produkt ist aus meiner Sicht ein Produkt, welches keiner braucht. Oder es ist zu günstig, damit du zu wenig verdienst pro Verkauf. Oder du bist einem Betrug auf den Leim gegangen und ich habe die Erfahrung auch schon gemacht. Du denkst, es ist cool und das hört sich super gut an, aber letztendlich bricht das Ding dann irgendwann mal zusammen. Du hast viel Herzblut reingesteckt, viel Energie reingesteckt und auf einmal ist alles weg. Du hast Geld verloren und ganz viel Zeit und du hast umsonst diese Energie verbraucht. Ein richtiges Produkt ist also ein Produkt, wo auch Nachfrage besteht. Etwas, was viele Leute möchten, unbedingt haben möchten, wo du gute Kommissionen verdienen kannst, einen guten Verdienst generieren kannst. Und sollte ein Unternehmen sein, was auch morgen und übermorgen noch da ist, worauf du dich verlassen kannst. Das ist also auch ganz, ganz arg wichtig aus meiner Sicht. Ja, die falsche Vorgehensweise ist zum einen mal die, du weißt gar nicht genau, wie du vorgehen kannst, um überhaupt online Reichweite zu erreichen, Kunden gewinnen zu können. Du kennst die Strategien nicht oder die Strategien, die du ausprobiert hast, die funktionieren einfach nicht. Ja, dann kann dein Produkt noch so gut sein, wenn niemand davon weiß und niemand davon richtig erfährt, dann verdienst du nichts. Ja, und viele machen den Fehler, posten die ganze Zeit Produkt, Produkt, Produkt jeden Tag. Das ist total langweilig. Und die Leute verdienen auch nicht nur, weil sie ganz viel posten. Die machen vielleicht hier und da mal 20 Euro, mal 10 Euro, mal 15 Euro. Erzählen dir, wie toll passive Einnahmen sind, obwohl passive Einnahmen fast nicht gibt, weil du musst immer aktiv sein. Also es sind eigentlich aktive Einnahmen, aber sie möchten dir ein falsches Bild vorgaukeln von falschen Einnahmen, oft auch unbewusst. Das richtige Produkt ist also ein Produkt, welches zuverlässig ist, wo eine große Nachfrage da ist und wo auch wirklich funktioniert und das Unternehmen auch morgen noch da ist. Und du machst gute Gewinne, nicht nur im 10, 20, 30 Euro Bereich. Das heißt, du brauchst eine Masse von Menschen, damit du mal 1.000 oder 2.000 oder mehr verdienen kannst, sondern du brauchst ein Produkt, wo du ein paar Hundert oder ein paar Tausend verdienst. Dann brauchst du auch nicht die Masse an Leuten, sondern es reichen ein paar wenige, die mitmachen. Und das sind dann nämlich auch die Richtigen, die dann auch gewissenhaft sind und wissen, was sie tun und was sie erreichen möchten. Es gibt Unternehmen da draußen, liebe Leute, die gehen so vor, dass du gar nicht viel tun musst für die Kundengewinnung, wo dir Kundengewinnung zum Beispiel abgenommen wird. Ja, nicht durch irgendwelche Tricks und sonst was, sondern durch eine ausgeklügelte Idee und Vorgehensweise, die auch nachweislich funktioniert. Und wenn du weißt, wie es geht, dann verdienst du auch richtig schönes Geld und kannst dann dein Leben so gestalten, wie es dir gefällt, dass du zeitlich und örtlich nicht mehr abhängig bist und dass du so leben kannst, wie du willst und wo du möchtest. Was zusammenfassend wichtig ist, such dir ein richtiges Produkt, wo du auch gut verdienst, pro, sagen wir mal, Verkauf dazu. Ein Produkt, wo die Firma dich auch unterstützt in der Kunden- und Partnergewinnung, wo du das richtige Handwerkszeug bekommst beziehungsweise dir die Kundengewinnung auch abgenommen wird, weil sie wissen, wie man Kundengewinnung macht und sogar für dich die Kundengewinnung, Partnergewinnung oder wie auch immer man das nennt, übernimmt. Fall nicht auf die vielen Blender da draußen rein, die dir erzählen wollen, dass das ist das beste Produkt und das ist das beste, mit dem wirst du viele tausend Euro verdienen. Ja, meistens ist es nicht so. Meistens gehen die Menschen noch einem ungeliebten Job nach, ja, und machen dann am Feiertag ein, zwei Stunden Social Media Arbeit, ja, und machen hier und da mal 20 oder 30 Euro. Fall also nicht auf diesen Weg drauf rein, in denen ganz viele gehen und die meisten sind eben frei von erwünschtem Erfolg. Ich lebe in Mexiko und muss von Einnahmen leben, deswegen muss ich was tun, was auch wirklich funktioniert, wo ich auch Freizeit habe, Zeit für mich und für das verbringen kann, wie es mir gefällt, ja. Und wenn ich Vorgehensweisen starte, dann müssen das Vorgehensweisen sein, die auch wirklich funktionieren und sich in der Praxis bewährt haben. Und es ist ganz wichtig, dass du die Kriterien kennst, damit du keinen Betrug aufblickst, ja, und dass du einfach was Vernünftiges anfängst, was auch wirklich für dich und auch übermorgen noch funktioniert. In diesem Sinne, liebe Leute, unter diesem Video kannst du kommentieren, du kannst mir eine persönliche Nachricht schreiben oder du gehst auf meine Webseite, die gerade hier unten vorbeiläuft. Wie wäre es, wenn du ein wundervolles Produkt hast, welches auch wirklich jeder möchte, ja, jeder möchte es, ja, und stell dir vor, es werden für dich alle Maßnahmen unternommen, die Gespräche führen und auch die Interessentengewinnung, die dann eventuell potenzielle Kunden, Partner, Mitglieder und so weiter werden können. Stell dir vor, das wird dir alles abgenommen, von Profis übernommen, ja, damit du nicht selbst diesen schweren Weg gehen musst, ja, um Partnergewinnung zu betreiben, Kundengewinnung zu betreiben, die Gespräche zu führen. Du kannst es vielleicht gar nicht so richtig gut und stell dir vor, es gibt Menschen, die das für dich alles übernehmen und du musst quasi dann nur noch dich freuen an deinen Einnahmen. Das gibt es tatsächlich, liebe Leute, es klingt so schön, um wahr zu sein, aber es gibt es, liebe Leute, deshalb erkundige dich gerne bei mir. Ich freue mich auf dich, alles Liebe, hier war dein Klaus Anton Mayer.